Herzlich Willkommen in der Session Barrieren wegspielen und ich freue mich sehr, Jasmin Ahlfeld und Clara Groß-Edixmann vorstellen zu dürfen. Jasmin Ahlfeld ist wissenschaftliche Hilfskraft in dem Projekt Barrieren wegspielen und studiert Sommerpädagogik und beide sind von der TH Köln und Clara Groß-Edixmann unterstützt das Projekt ebenfalls und damit möchte ich gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Ich möchte nur noch ganz kurz ankündigen, dass diese Session wieder aufgezeichnet wird und dann im Anschluss eine Woche lang online zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass es anschließend an die Session einen Netzwerktisch gibt und dass die Diskussion nicht aufgezeichnet wird, das heißt nur der Vortrag und ihr natürlich dann ganz frei und offen diskutieren dürft. Damit herzlich Willkommen, vielen Dank, dass ihr alle da seid und ganz, ganz viel Spaß bei dem Input. Hallo, danke. Ich darf euch und ihnen schon mal ganz kurz zeigen, was wir für ein Tale of Tomorrow mitgebracht haben und in den nächsten 20 Minuten mit Ihnen und euch durchgehen wollen. Wir wollen ein bisschen dazu erzählen, um welche Studierenden es uns geht, uns darüber informieren, warum es ein bisschen komplizierter sein kann, barrierefreie Lehrgestaltung auch hochschuldidaktisch zu begleiten. Euch dann natürlich nicht vorenthalten, was der Serious-Game-Prototyp Beyond the Chalkboard ist und auch ein bisschen über die strukturellen Kontexte des Ganzen berichten. Und natürlich freuen wir uns auf die Diskussion im Anschluss am Netzwerktisch. Damit gebe ich schon weiter an dich, Esmin. Ja, auch von mir einmal Hallo. Schön, dass ihr und Sie alle da sind. Erstmal wollen wir einmal zeigen, um wen es hier geht. Und zwar hat das Deutsche Studierendenwerk 2021 eine Befragung unter Studierenden durchgeführt. Dabei wurden 180.000 Studierende befragt und von diesen haben 16 Prozent angegeben, dass sie eine studienerschwerende Beeinträchtigung aufweisen. Und diese 16 Prozent lassen sich noch weiter aufteilen. Wie hier auch zu sehen ist, sind unter diesen 16 Prozent 11 Prozent Studierende, die eine psychische Erkrankung angaben und 5 Prozent andere Beeinträchtigungen. Du kannst gerne einmal weitermachen, Clara. Somit ist das nicht nur die größte Gruppe der Studierenden mit einer studienerschweren Beeinträchtigung, sondern auch diese Gruppe der Studierenden, die im Vergleich zu den vorherigen Erhebungen, es gab schon zwei Erhebungen davor, am meisten gewachsen ist. Auf die Studierendenschaft in Deutschland hochgerechnet bedeutet das, dass von 2,9 Millionen Studierenden 302.000 Menschen mit einer studienerschwerenden psychischen Erkrankung studieren. Also ein ziemlich großer Teil. Zur gleichen Zeit wurde an der TH Köln auch eine Befragung der Lehrenden durchgeführt und zur Barrierefreiheit an der TH Köln. Und da gaben die Lehrenden an, dass sie den Wunsch haben, ihre Lehre für alle Studierenden zugänglich zu machen. Zugleich gibt es bei den Lehrenden aber Unsicherheiten und auch Stereotype im Umgang mit psychischen Erkrankungen, also mit Studierenden mit psychischen Erkrankungen und auch wenig Angebote, die die Lehrenden dabei unterstützen. Gleichzeitig werden unsere Hochschuldidaktischen Weiterbildungsangebote zur Barrierefreiheit allerdings kaum genutzt. Da lässt sich allerdings sagen, selbst wenn alle Weiterbildungsangebote genutzt werden würden, die sich mit barrierefreier Lehrgestaltung befassen, kann man sich trotzdem die Frage stellen, ob dann auch eine barrierefrei zugängliche, nutzbare Lehre für psychisch erkrankte Menschen realisierbar wäre. Und obwohl unsere Angebote das Thema sichtbar machen und auch sensibilisieren für diese Thematik und alle Studierenden von barrierefreien Dokumenten und Präsentationen profitieren und so auch psychisch erkrankte Studierende, reichen unsere Weiterbildungsangebote nicht aus, um Lehre so barrierefrei zu gestalten, dass sie auch für Studierende mit psychischen Erkrankungen zugänglich ist. Deswegen haben wir uns für das Format der Series Game entschieden, was das Thema psychische Erkrankung oder Studium mit psychischen Erkrankungen innovativ angeht und neugierig macht. Wie Clara schon gesagt hat, haben wir einen Prototypen, der Beyond the Chalkboard heißt. Und in diesem Prototypen spielt man als genderneutrale Spielfigur Sam. Und Sam studiert mit einer psychischen Erkrankung. Das Spiel ist so aufgebaut, dass den SpielerInnen verschiedene Handlungsmöglichkeiten geboten werden. Im Spielverlauf kann es allerdings dazu kommen, dass diese Handlungsmöglichkeiten begrenzt werden durch Sams psychische Verfassung, durch strukturelle Bedingungen und auch durch den Umgang und die Reaktion von KommilitonInnen und Lehrenden. Das Setting des Spiels spielt sich ab zwischen Sams Apartment und dem Hörsaal. Und es geht grundlegend darum, Alltags- und Studienanforderungen zu bewältigen und dabei auch Sams Gefühle zu managen. Dabei wird sich auf drei Ebenen fokussiert, Stress, Selbstbewusstsein und das Energielevel. Eine zentrale Rolle in dem Spiel hat der Planer, der wiederum in drei Teile aufgeteilt ist. Einmal der Mindspace, auf den kann ich gleich noch einmal zu sprechen. Dann der Schedule, das ist die Talender-Funktion, in dem man Samstag strukturieren kann. Und die Feeling-Sektion, wo einmal der aktuelle Gefühlszustand von Samstag ist, festgehalten wird und auch die verschiedenen Level der Gefühlsebenen, die ich gerade schon angesprochen habe, Energie, Selbstbewusstsein und Stress. Der Mindspace ist im Planer zentral, weil dort nicht nur Aufgaben festgehalten werden, die sich auf das Studium und den Alltag beziehen, sondern auch negative Gefühle von Sam, die während des Spiels auftreten können, beispielsweise Ungenügenheitsgefühle oder Gedanken, wie die Lehrperson mag mich jetzt nicht mehr. Und im Lauf des Spiels kann es dazu kommen, dass diese negativen Gefühle so viel Platz in diesem Mindspace einnehmen, dass für die anderen immer weniger Kapazität ist, also für die Aufgaben, die das Studium betreffen. Sie haben jetzt, Sie und Ihr habt jetzt hoffentlich einen kleinen Eindruck vom Spiel gewonnen. Und jetzt ist auch die Möglichkeit da, dass Sie und Ihr selbst aktiv werden könnt. Und zwar, dass wir einmal gemeinsam unseren Prototypen anspielen. Dazu werde ich gleich meinen Bildschirm teilen und wir werden eine kleine Szene aus dem Spiel spielen, wo auch die verschiedenen Handlungsoptionen von Sam aufploppen werden. Und Sie können gerne überlegen, wofür Sie sich entscheiden würden und das im Chat teilen. Die erste Antwort, die ich sehe, werde ich dann auswählen. Kurz einmal zur Szene, die wir gleich sehen werden. Sam befindet sich gerade in einer Lehrveranstaltung, in der gerade eine Gruppenarbeitsphase eingeleitet wurde. Im vorherigen Verlauf der Lehrveranstaltung wurde Sam mehrmals darauf hingewiesen, doch etwas beizutragen, konnte dies aber nicht, weswegen Sams Gefühlslage schon negativ beeinflusst wurde. Das Spiel ist auf Englisch. Ich werde aber das so ein bisschen übersetzen und ein bisschen durch das Spiel leiten, während Sie überlegen, was Sie machen wollen. Genau. Eigentlich ist das Spiel noch mit einer Tonspur unterlegt, mit so thematischer Musik. Die können wir leider nicht teilen, aber dass Sie das im Kopf dabei haben. So. Genau. Also, der Professor Hempel sagt jetzt, dass die Länge der Gruppenarbeit an und Sam ist gestresst und fragt sich, mit wem Sam in einer Gruppe ist, dass Sam niemanden wirklich kennt. Okay. Aber Sam möchte sich auf die Aufgabe fokussieren. Jetzt redet diese Person, das Mädchen mit Brille. Hallo, hast du zugehört? Und hier ist die erste Möglichkeit, dass Sam antworten kann. Hä? Oh, sorry, es tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Oder gar nichts sagen. Was würden Sie auswählen? Schreiben Sie das gerne einmal in den Chat. Okay. Ich sehe einmal, no sorry. Sam fragt jetzt nach, ob wiederholt werden kann, was gesagt wurde. Und jetzt reagiert der Junge hier, dass Sam bitte auf die Aufgabe sich konzentrieren soll, da nicht so viel Zeit dafür ist. So. Sam entschuldigt sich noch einmal. Jetzt wieder das Mädchen mit Brille. Wiederholt die Frage. Wir wollten wissen, ob du die zweite Unteraufgabe nehmen kannst. Sam sieht sich die zweite Unteraufgabe an. Und denkt, dass sie zu schwierig ist. Und Sam das gerade nicht meistern kann. Und hier sieht man einmal, dass schon eine Handlungsoption ausgeblendet ist. Mit dem Jungen kann nicht mehr getauscht werden. Jetzt sind nur noch die, ich möchte mit dem Mädchen mit Brille tauschen. Oder ich übernehme die zweite Aufgabe. Was würden Sie da nehmen? Ach so, oder gar nichts sagen. Ja, Schur sehe ich da. Genau. Hier sieht man dann auch immer die Auswirkungen auf Sams Energielevel. Und jetzt geht dann die Gruppenarbeit los. Das erst mal für einen kleinen Einblick. Die Auswahl der Optionen wird dann im weiteren Verlauf die Gruppenarbeit beeinflussen. Und natürlich dann auch weitere Handlungsoptionen von Sam und auch das, die Gefühlsebenen. Genau. Jetzt übergebe ich an Klara. Dankeschön. Vielen Dank für die rege Teilnahme, wollte ich noch sagen. Genau. Wir können es in dem kleinen Format hier einfach nur anspielen. Ich möchte ein bisschen kurz zu der Entwicklung erzählen. Also wir haben das, was wir Ihnen und euch gezeigt haben, ist ein Prototyp, den Studierende an der TH Köln im Cologne Game Lab entwickelt haben. Und zwar im letzten Sommersemester mit einer Lehrperson in einem sogenannten Impact Game. Also das Seminar ist so aufgebaut, dass die Studierenden dort ein Spiel entwickeln sollen, in einer sehr begrenzten Zeit, also ein Prototyp eines Spiels entwickeln sollen, in einer begrenzten Zeit, der eine Wirkung auf die Spielenden hat. Also können unterschiedliche Szenarien sein, für was die Wirkung gebraucht war. Und unser Auftrag, uns meine ich das Projekt Barrierefreie Lehre in Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Studierende mit Beeinträchtigung chronischer oder psychischer Erkrankungen, Nadine Fischer, an unserer Hochschule, haben eben diesen Auftrag gegeben, dass es eine psychische, für psychische Erkrankungen von Studierenden sensibilisieren soll. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie geht es weiter? Wir sagten ja gerade, es ist ein Prototyp und wir nutzen diesen Prototyp als Basis einer weitergehenden Entwicklung. Das heißt, wir möchten, wir wollten am liebsten mit den Studierenden weiter zusammenarbeiten aus organisatorischen und ja auch Studiengründen, auch der Studierenden, also mit Beschäftigungsverhältnissen als Studienshilfskräfte und so weiter, haben wir das leider nicht hinbekommen. Und deshalb werden wir die Weiterentwicklung durch einen externen Anbieter vornehmen lassen. Und das Ziel ist für uns, dass wir bis Frühjahr nächsten Jahres das Spiel zur Marktgreife entwickeln, wobei wir damit aber dann als Hochschule kein Geld verdienen wollen, sondern unser Ziel ist genau das, was gerade Christine Auswald auch fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Zugang zu diesem Spiel zu bekommen, dass genau das passiert. Dass wir dieses Spiel gerne den Hochschulen in Deutschland, den Beauftragten für Studien mit Beeinträchtigung, aber auch den hochschuldidaktischen Einrichtungen zur Verfügung stellen wollen und erarbeiten dazu parallel ein hochschuldidaktisches Konzept, damit wir auch sagen können, hier habt ihr das Spiel und ihr könnt es auch folgendermaßen verwenden und einsetzen in Workshops oder in wie viele Szenarien, ich will mir jetzt nicht zu viel versprechen, aber wie viele Szenarien wissen wir noch nicht, aber wir planen auf jeden Fall, dass das sozusagen als Angebot aus der Thea Köln dann zur Verfügung steht. Genau und ab April 25, das ist so die Zielmarke, die wir persönlich gesetzt haben, soll das Spiel dann helfen, barrierefreie Lehrstätten für Studierende psychischen Erkrankungen zu fördern. Genau und damit sind wir auch schon, wir sind voll gut in der Zeit, dass wir können sonst auch, ja, ich sehe gerade die Frage, auch den Hochschulen im Dachau. Ja, also grundsätzlich haben wir uns da keine Begrenzung auferlegt, wo wir das lassen wollen. Also ich weiß noch nicht genau, welche Plattform das sein wird, aber ja, wir arbeiten dran. Wir haben aber sonst auch Fragen an Sie und euch mitgebracht, nämlich, weil wir auch immer davon profitieren können, was andere Hochschulen machen. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht an euren Hochschulen auch Erfahrungen mit der Einbindung von Serious Games, vielleicht auch in hochschuldidaktische Szenarien. Und dann natürlich auch, wenn es schon Erfahrungen gibt, wie an euren Hochschulen für psychische Erkrankungen im Studium sensibilisiert wird. Und, genau, Barrieren in der Lehre, wie die erkannt werden und spielerisch, in Klammern spielerisch, Handlungsoptionen abgeleitet werden können. Ich versuche gerade mal den Chat gleichzeitig im Auge zu behalten. Das Serious Game für Mitarbeiter in der Hochschule mit einer psychischen Erkrankung wäre auch wichtig, wäre auch toll. Aber tatsächlich ist das, was wir hier sehr stolz vorstellen dürfen, auch nicht ganz unaufwendig. Wir mussten uns erstmal fokussieren und da unsere Zielstellung von unserem Projekt Barrierefreie Lehre ist, die Situation für die Studierenden zu verbessern, erstmal diese Zielgruppe ins Auge zu nehmen. Wobei aber das, was ich über dieses Serious Game idealerweise lernen kann, natürlich auch adaptierbar ist, dann auch für den Umgang mit Mitarbeitenden, die von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Ich glaube, die Reaktion im Chat zeigt auch, dass es super spannend ist. Dann würde ich einfach die Aufnahmen stoppen, uns öffnen für Fragen, Austausch, Diskussionen und vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung. Ich hoffe, ihr seid weiter aktiv hier mit dabei.